Und so wie sie es ja geschildert hat, war es ein totales Desaster und ziemlich cool. Also vielleicht nicht hier, aber noch mal. Ich weiß, die Frauen fragen an dich. Ja. Dann hast du mal Alter. Ja, aber du kannst es ruhig fragen. Ich bin 30 jetzt geworden. Du siehst ja nicht danach aus. Also da... Nein? Nein. Also da... Wie enthältst du mich denn geschätzt? Höchstens 27. Ja, dann kann ich das als Kompliment auffassen, oder? Das ist sehr gerne. Na gut. Dankeschön. Das Kompliment, das hat mir schon gespeichert und ich fand es schön, dass er es mir gesagt hat. Das ist nicht eigentlich eine Frage. Also du kommst aus Russland oder? Ich komm nicht nur aus Russland. Okay. Okay. Und wie lange bist du? Seit fast 20 Jahren geschehen. Ach, auch schon so lange. Ja, ja. Ja, ja. Schon eingewaschen. Das heißt jetzt die Sprache, die, ja schon in gewisser Weise die Kultur. Wir sind natürlich sehr gut integriert, aber Netzwerken ist schon etwas, was so eine Basis, die uns verbinden könnte. Eine Basis, die Stefan und Mandy verbinden könnte, ist...